An alle herzlich willkommen, wir freuen uns auf euch beim Sternmarsch auf der Straße und natürlich hier auch an dem ganzen Jubiläumswochenende, wo wir auch richtig kräftig und gebührend feiern werden. Gegen diese aktive Weltkriegsvorbereitung, die wirklich fast alle Imperialisten betreiben, gegen die Abwälzung der Krisen- und Kriegslasten, wo jetzt die Gasumlage der berühmte Tropfen auf den heißen Stein ist, wo die Leute sagen, jetzt ist irgendwie gut und dann sollen wir noch für die Konzerne da zahlen, oder auch für kostenlosen öffentlichen Nahverkehr, hatten sie mal eine sinnvolle Maßnahme, ein 9-Euro-Ticket und nehmen es gleich wieder zurück und werden sich nicht einig, was sie eigentlich wollen in der Regierung. Also die sind einfach voll in der Krise und wir werden sowohl die konkreten Anliegen, Sorgen, Forderungen der Leute aufgreifen, auf die Straße tragen, aber auch die Perspektive des Sozialismus. Bis dann! Bis dann!